hey na und willkommen zurück zu naruto wir gehen direkt hier wieder den film angucken viel spaß danke dass ihr eingeschaltet habt ihr habt verloren kakuzuru was dieses power of yours what is it i am a god who will save this world now come and i will provide for you a place where you can spend all your eternity if this group you speak of has others like you then it's certain to give me a greater opportunity to earn higher bounties the akatsuki it seems to me as if the smell of money is strong here so i guess we're set my work here is done let us return what a pathetic village hardly anyone could be used as material at all the next one better be good the ninja villages dotting the land of wind were destroyed in a single night or so the rumor has it it was you who was behind that wasn't it sasuri of the red sand and just who are you i've come here to invite you into the akatsuki akatsuki never heard we need your power at our side to help us complete our pursuits so come and lend us your strength you're being awfully presumptuous wouldn't you you say just think of the akatsuki as a place that will protect you a rogue ninja as long as you complete your work anything else you care to do is your own business oh i see that's not a bad offer not bad at all what are you doing unfortunately for you you'll find i'm able to protect myself and it looks like i'm in luck i was disappointed by the last villain but now it appears that i have great material standing right in front of me rejoice because i'm going to add you into my third level collection again just what is this jutsu again just have to take you by force sooo da bin ich wieder und wir müssen jetzt sasuri einfangen und wir benutzen dafür natürlich konan wie man weiß hat sie ganz schön viel drauf mit ihren papier techniken aber sasuri natürlich auch mit ihrem komischen mit die mit seinem komischen dingsbums da marionette oder was auch immer ich spame jetzt einfach mal hier ein paar attacken sure was können wir noch machen das oh jetzt aber dann trifft dann immer hmm verdammt was könnte ich dagegen machen verdammt hmm jetzt komm jetzt hab ich ihn verdammt ja ich hab ihn doch shikigami dance damit hat er auf jeden fall ein bisschen schaden bekommen das äh da bin ich mir sicher oh wie hat denn das geschafft aha sooo machen wir mal hier ein bisschen schaden ah hat nicht getroffen egal ja time to attack time to attack ich brauch unbedingt ein bisschen hier sehr schön und jetzt nein jetzt hat er mich wieder ok das wird ein bisschen der schwierigere kampf aber ich denke da kommt noch viel schwierigere mal sehen erstmal hier bumm nice nochmal und direkt nochmal ah ne falsch jetzt haben wir den falschen ausweichen jetzt komm jetzt haben wir einen kombo doch nicht verdammt bumm 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 aber ausweichen kann er dennoch was wie hat er das das ist ja krass Mist ey die puppe regt mich auf oh oh Gott Mensch los jetzt erstmal hier mit deiner kleiner na mach doch nicht immer dasselbe ich will doch gar nicht das aus hier jetzt aber komm nein ich glaub Conan will nicht das machen wo uh wo ich will jetzt aber nein immer noch nicht was ist denn das gewählt ja nicht oh das war echt knapp ja spam doch jetzt aber hier ja spam doch noch mehr diese scheiß Attacke digger jetzt aber komm jetzt kombo 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 bam und jetzt direkt Medal du 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 i leider nicht getroffen egal ich höre und das schon Conan ist stark das weiß ich nämlich ganz genau Shigigami dancer bumm Kom minis aber auch mal ein bisschen ausweichen ah weg da Weg da. Hier kommst du nicht rein. Boom. Oh Mist. Geh doch mal weg, diese Scheißpuppe. Aber ich glaube, ich habe den Dreh so ein bisschen raus. Hä? Achso. Okay, jetzt habe ich mal was Neues. Nice. Jetzt können wir da Papierschuriken machen. Lol. Dieser Kampf geht auf jeden Fall etwas länger. Verdammt. Mal gucken, ob wir das können. Ja, komm jetzt aber. Haben wir ihn, haben wir ihn? Nicht. Jetzt müssen wir ihn halt gewaltsam mit unseren eigenen Fäusten zu uns bringen. Nicht mal das hat gereicht. Der will uns doch irgendwie verarschen, hier der Typ. Mist. Jetzt aber, komm. Jetzt habe ich ihn. Bitte. Verdammt. Okay, dann werde ich ihn halt mit einer Kombo besiegen müssen. Verdammt. Komm jetzt. Jetzt habe ich ihn. Noch ein Hit. Was? Noch einer. Noch einer. Jetzt haben wir ihn. Sasori wurde besiegt. Nice, Conan. Hast du super gemacht. Kriegst den Keks. Leider nicht mit einem ultimativen Yuzo besiegt. Aber juckt mich jetzt nicht. Ja, da lache ich mich tot. Da lache ich mich ehrlich. B haben... Okay, ja. Naja, hat auch ein bisschen lang gedauert, muss ich dazu sagen. Ist jetzt egal. Und das wäre es auch schon mit dieser Folge, Leute. Ja. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Ja, dann würde ich ganz einfach sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.